In diesem Prinzip wurden die Startseiten der meistbesuchten Websites aufgebaut. Dazu gehören die Post, die Telekom, Volkswagen, Swisscom, WWF, die Mobiliar oder auch Homegate dazu. Und alle Websites haben folgendes gemeinsam. Ultra viele Besucher, es sind bekannte oder beliebte Marken, sie kommen alle zu aus dem deutschsprachen, österreichischen oder schweizer Raum und sie nutzen auf der Startseite die folgende Struktur. Auf den ersten Blick seht ihr zuoberst immer links das Logo und auf der rechten Seite eine Lupe, die für die Suche steht und eine Burger-Navigation für das Menü. Darunter nimmt ungefähr zwei Drittel das Header-Bild in Anspruch und zu 80% wird da ein Foto verwendet. Der Text darauf beträgt ungefähr 70 Zeichen und 30% der Seiten nutzen eine Call-to-Action in Form eines Buttons. Der Rest vom U-Port wird mit Icons gefüllt, die eigentlich eine Zusammenfassung der Website oder der Dienstleistung darstellen. Nach dem Scrollen kommt meistens auch wieder ein Foto, das ungefähr ein Drittel der Seite einnimmt. Der Text darauf oder darunter beträgt ungefähr 60 Zeichen. Anschließend kommt etwas mehr Text, nämlich 180 Zeichen, das bei einem Drittel der Websites mit einem Call-to-Action, meistens aber in Form anstatt eines Buttons mit einem Pfeil, dargestellt wird. Das gesamte Element wird ungefähr zwei- bis dreimal wiederholt, bis anschließend die Social-Media-Icons oder auch sogar Social-Media-Inhalte kommen oder aber auch der Newsletter, an dem er sich anmelden kann, bevor zum Schluss der Foto folgt. Wenn du wissen möchtest, was man an dieser Struktur noch verbessern könnte, schreib es mir in die Kommentare.